ARD Text im Auftrag des ZDF Rund 1 Meidock, Putsch, ist ihr da? Ja. Okay, boys. Kommunikation. All die lekkere Dinge. Kommunikation, werksam, muss nicht pushen, ist die Planner nicht. Komm, wir halten es ruhig. Wir gehen für Geld. Kriegen die Loadout. Putsch, ihr ankel. Ja. Okay, das ist nun anders. Das ist nie selber O-O-Map, nicht so. Komm, wir tun das so. Anders, dass ich da... Ja, wir gehen mal hier, was ich gemerkt habe, was in Kille. Good luck! Volle Spun. Volle Spun. Ihr primärer Objektiv ist zu töten sie alle. Ich habe hier meine Augen. Warte, warte. Okay. Ich habe meine Augen. Das ist gut. Der Weg. Down. Gut. Down, push. Steck bei mir. Oh nein, warte, warte, warte. Okay. Okay. Das muss move. Komm in. Das ist amper. Das ist amper. Gooi alle cash, gooi alle cash. Gooi cash, gooi cash, gooi cash, gooi cash. Gooi cash, Busch. Gooi cash. Alles. Als ihr right click, gooi alles. Kaus. Kaus hat genug. Komm, wir kriegen... Lohra hat die. Die ist Lohra hat die auch. Nichts für distanz, die boys. Hier ist ein Platz zwar. Das ist etwas für distanz. Nichts ammo nicht. Ich muss noch Geld collectiert, als wir können. Dass wir können Lohra hat... Dinge koop. Was nicht mehr das? Ammo, ammo box. Wir scoren noch 2 für das. Okay, cool, cool. Das ist perfekt. Ihr sitzt vorzichtig. Leuk skoen. Leuk loadout. Und dann bewegt uns weg. Ein paar Sekunden loadout für Ghost. Iemand anders'er loadout ist okay. So... Wees prepared. Gooi die munitions box. Losato Citroën! Beklaas! Let's get out! Groot loadout für dich! Oh ho ho, noch Craft nur loadout führt. finder ermes zu баг. Die nach unten auch. Oh, die vorbeigeheu! Ja, ich dachte so, ich dachte. Fang 2nd loadout, Ghost. Ja. So. Das ist so wichtig. Pass auf, pass auf. Komm zurück, komm zurück. Juh, ich sehe. Ich bin in der Gebäude Ich gehe mal Boys, boys, komm, hol die Ghosts Komm, hol die Ghosts Wacht, oh, nie no fight nie Hase gespann, daase Oh hell Ich schaue die Onder links von mir. Was auf hier? Ich schaue hier in der Nähe. Komm in, du bist da bei uns. Nein, 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 wir gehen nicht ab, wir gehen nicht in den Spiel, boys. Wir müssen hier unterkommen, denke ich. Wir gehen ein für ein. Wir gehen ein für ein. Wir gehen ein. Wir gehen ein, wir gehen uns ab, wir müssen nach oben gehen, einen für ein. Wir gehen ein für ein,EEP ein für ein. Das ist immer. Ich bin ein, wenn du ihn vergetan hast, und das ist... Wir haben uns nicht mehr zurückgegangen. Hey, push, keep on pushing him, beweeg Stop hier da, so, oh links, push, komm herda, komm herda, komm herda Komm herda, komm herda Push, f***er, ummielkie, ummielkie Ek gaan vom, ruik Ja, ja, ek ist recht, ek push rechts Ek plank om die linkerkant Plank jy om die kant I do it Beautiful, beautiful Kijk, waar is die volgende winkel, of ons hier so'n gasmasker Ons moet beweegd hou Ok, f*** nie, hy is buiten zo, want ons niks binnen zo, nie is hier naast die een Nog een gasmasker en platen hier binnen Kijk, daar is boys, daar is iemand daar, maar Ze moet helemaal flank links achter alle om Unuropsticht Denk al is mu da af, unuropsticht Unuropsticht Tonnen, coronnen, markt Je kiest niks kaber hier Nee Ja Schau, dass wir die Flutsch zurückkennen. Das ist zu weit. Die Einige Flutsch ist dieser. Ich habe jemanden geschnitten, oder? Ja. Mal push auf, beginnt die. Pass auf, ohne Torring. Ja, was du merkst? Ja. Ja. Oh, der Geist hat gemisst. Shit, da ruhe er mich. Komm, geh down, duit. Team wipe, team wipe. Hoi. Top, ich kann definitiv noch Menschen hier, die ich gepusht hat. Ich trebe hier an die Botte weg, die ist n***, dann kann ich hier op. Ja. Wir müssen so lange kieken, wir müssen uns selbst-establish. Ich denke, hier werden unsere beste Botte weg. Ja. 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 Okay, hat jemand zurückgekommen bei die Botte Station? Ja. Ja. Ich denke. Ja. 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 Süentre. von links ab, von links ab da weiß jemand, geh nach oben wees weet mich gekap mental all right up to the last three teams sudden death mental surge mental maniacs still alive das mal kijk vallen ja that's what we have to do they are up to a good start still have a full team well done two teams left two teams left last two for a win mental going for the higher ground strategy those guys got a nice covered building two team they are camping it out three against two they have got 27 seconds left until the zone shrinks again to final zone one sneaky 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 the controller yeah most of them are final stages of the game zone is pushing in now oh not yet not yet closed off let's see who's gonna win this it's definitely they're definitely hiding inside nobody else they are on the outside sneaky sneaky like nobody's business mental is uh quite uh excited to play with the new on the truck two people left one knock on this team flash on that one another flash on that guy another flash on that guy oof it's two against two fair game oh and they lose to the stun GG's GG well done on the fourth place guys we can do better next time i think stay together stick together don't push alone in fact try not to push at all blizzard and atti and eel3 rep whatever his name is blizzard and atti take the take home the win beautiful GG's 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 good work